Scheiße, Mann! Mutter, du Hure, du schlägst dich! Schlimm, das Faser erfährt! So, Mann! Kannst du mal bitte Musik machen, damit ich dir nur scheiße reden muss? Das auch, Mann! Das ist eine Brombe, bitte! Scheiße, Mann! Meine Damen! Endlich! Endlich! So, ich wollte Ihnen ja schon sagen, wenn Sie sich jemals gewundert haben, warum Ihre letzte Party so scheiße war, ich als Doktor der Sexologie haben wir erfahren, in den 70er Jahren schon schöne Pornofilme laufen lassen, Summe 8 Und, ähm, genau! Damals waren die Geräte natürlich A, waren Protos illegal und B, waren das meist natürlich Stumpfilms Abspielgeräte, also musste man dazu eine Scheitplatte kaufen und dann parallel scheitern. Das stellt sich mal Simon vor, Simon in der Geschwindigkeit als Audio so Simon, die sind schon, Ja, Mann, du weißt schon was! Ja, aber ich, ich mach doch so schnell und, ja, ja, auf 33, aber, zwar einen kleinen Kinderfick, ist schon okay. Jedenfalls musste man das natürlich synchronisieren, sonst ist so doch die Szene bevor schon Was hören wir denn gerade? Ich dachte, ja, ist aber ganz wichtig, weil, die Käufer, die Käufer reden möchten ja gerne wissen, boah, noch ein sauge bisschen. Also, sieh mir einfach. Meine Damen und Herren, der Sommer kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, mit Sommerlust. Der Ton zum Super-8-Film. So groß steht 33 drauf, ja? Und wer? Nein, du wirst ein guter DJ. Du wirst auch bald Single, wenn du weiter so auflegst. So, jetzt, ich, also, rein, rein, aus statistischen Informationsdrang hören wir uns jetzt noch ein bisschen an. Und wir müssen das, sollten wir jetzt die B-Seite auch noch anhören? Ich lebe euch! Ich lebe euch! Ich bin das! Ich glaube, Dr. Merz ist sauer, ist das Intro, wo geredet wird, wo Beziehungen aufgebildet werden, hinter Menschen, Sommerlust. Der Film wurde bestimmt im Schloss Markazow gedreht. So. Gerade heute habe ich meine Ängste, oh, das ist echt schlecht. Ich, 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 ich kann jetzt ganz, stellen Sie sich mal vor, Sie hören wie du glatt und Sie kennen so hundertprozentig die Stimme Ihrer Elter. Papa! Und Sie? Vater, du Flit! So. Wir drehen das dann um. Das war, also Sie wollen das ja wissen. Sie zwingen. Du gehst dann mal nach Hause. Na, du bleibst ganz gefälligst hier. Ich muss ja lesen, was noch steht. Ein Mädchen nach Max. Ebenfalls auf 33. Und, damit wir uns richtig verstehen, ist ein Stereo. Ich fange jetzt mal mit dem Intro an, weil damit bestimmt geredet, vorbereitet, nicht einfach gleich zur Sache. Das ist das Internet. Im Internet sind Sie gleich bei, Sie kriegen so Vorspeise, Hauptgericht und Nachspeise und einmal in den Mund geschoben, aber hier, hier ist glaube ich noch so mit Vorspeise. Guten Tag! Guten Tag! Was habe ich gesagt? Wollen Sie finden? Na, 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 das hat hier drüber. So einen guten Tag. Warten Sie mal. Ja, ja. Hier hätte ich etwas ganz Besonderes. Wirklich schön. Nur für Sie ausgewählt, Jugoda. Das gefällt mir nicht zu sehr. Okay. Aus nach 2. Weil so etwas nur bleibt. Ja. Warten Sie mal. Ich glaube, ich habe da was für Sie. Sie lernen hier etwas vom Leben. Halten Sie Ihre Klasse. Hier habe ich das mal ganz in dieser Saison. Eine Weidenbluse mit langer Hose. Wenn Sie es verprobieren, hinter dem Parabon können Sie sich umziehen. Wenn Sie mich brauchen, ich gehe so lange nach vorne, ja? Du kannst ein bisschen weiterspulen. Vielleicht ein bisschen. Wir machen das hier nur. Es soll ja keiner auf die Deko gehören und Siegern zum Platt an. Das darf nur der Gewinner. Halt die Fresse! Ich schreibe meine Doktorarbeit. Oh, ich will die. Ich werde wuschig. Ich kann für mich läugen. Mach weiter. Ich will deine Schwester hören. 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 Also, meine Damen und Herren. Lange Rede, kurzer Sinn. 50 Cent. 50 Cent. Höre euch ein Euro. Fett. Ja, das ist eine gute Ausrede. Würde ich mit meiner Frau dabei wäre auch. Genau. Schatz, ihr braucht den was für einen Hip-Hop-Song, den ich dir zum Valentinstag machen will. Höre ich ein Euro. Ein, ein Euro. Höre ich also 1,50. Höre ich zwei. Das läuft dann bei dir klar. Ich kontrolliere das. Höre ich zwei. Zwei, 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 zwei. Ist ja nur die beste Platt. Zwei. Du bist ein Mann unter Männern. Höre ich 2,50. Das ist voll... Ach, das war was ich da. 2,50. Höre ich drei. Simone macht den Finger höher. Doch, drei. Höre ich 3,50. 3,50. 3,50. 3,50. 3,50. 3,50. 4,50. 4,50. 4,50. 4,50. Höre ich 5,50. Wir sind nur nursing không, also keiner錢 nimmt das. Höre ich 5,50. Dafür, đây, ich höreる 50. 5,50. 5,50 ... 3,50. 5,50. 5,02. 5,50. Höre ich 6,5, 150. Höre ich alles durch. Höre ich 6,6,6,6! wipe experielle Mountян. 6, Knowing till 6. Höre ich sechfvากvan. Höre ich 6,6,6. Aber horre ich 6,6,5. Aber 6,50 wir auch freiwillig. Höre ich 6,50. Höre ich 6,50. Höre ich 6,50. 6 und 2, allerletzte Chance, 6,50, 7, höre ich 7, 50, 7, 50, höre ich 8, 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 9, 9, 9, 9, bitte, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 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 9 Da geht nur der Gewinnerung, Penner! Alter, Alter! So, dann kommt noch was, was ich verstehe. Tordel, verdammter!